ja die war da auf der Seite ja klar können wir das mit Dead by Daylight auch mal wieder testen ob das jetzt nur immer noch dieser Wartesimulator ist oder ob das jetzt funktioniert Sebastian klar am Wochenende vielleicht klappt klappt ja draußen sind auch ganz viele Kohle war dann ein Moment mal Leben ja Hallo äh so früh schon ich bin gerade beim Live Stream bei Minecraft Sound da habe ich sie mal kurz ausgeschaltet wir müssen ja nicht alle Türen warte mal wenn wir hier dieses Kiesbett bin ich gerade am überlegen wir haben ja hier diesen Kies wenn wir den hier hinschmeißen das sieht doch gut aus oder tada 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 oder und das mit den Couple Stones ist hier so quasi die Abgrenzung das sieht doch gut aus oder und nein wir sind nicht gemein Ah, sie lebt wieder, also können wir aber so wieder einschalten. So, du bist wieder da, ja? Hast du dich wieder eingebaut? Was? Nein. Ja, nie. Würde ich nicht machen, ne, ne. Dein Werkzeug ist kaputt gegangen. Ja, wir haben aber eigentlich genug da, um jetzt wieder welches bauen zu können. Feuersteine habe ich zwei. Gesundheit. Danke, meine Nase krepbelt. Schönes Erkältungswetter, sowieso. Ja. Und ich hätte meine angeguckte Erkältung sowieso nicht. Ey! Was denn? Hängst du mich beiseite? Ja, wer im Weg steht. So. Pass auf, ich habe zehn Eier, ich beschmeiß dich hier gleich mit Eiern. Eigentlich wollte ich noch mal nach Hause, weil es denn hier passiert. Was denn? Ja, ich habe da das Kiesbett rausgenommen. Mit den Kies einfach. Achso. Sollten wir ja mal sehen, dass wir uns einen Eingang irgendwie auch, also so nach oben buddeln oder sowas. Irgendwie. Ja. Oh. Wolfe. Oder können wir das... Können wir das nicht so... Und da sehe ich schon einen Pfeil. Hast du schon wieder deinen Spaß? Hast du deinen Spaß? Ach guck mal, der ist doch süß. Ja, toll. Und ich sterbe dennoch, wa? Hau ruf da. Super. Ich glaube, das ist wie ein Wolf. Ein Wolf. Weil es so komisch aussah, als es da in deinem Gestand. Okay. Ich muss mal was essen, dass ich wieder gesund werde. Ich hoffe, er hat dich jetzt nicht so allzu sehr erschrocken. Nein. Nein. Hat nur ein bisschen gekreischt hier bei mir. Tut mir leid. So. Wird schon wieder düster, ne? dig. Aber wie ist das? Ist ja, ich bin ein wäre... Dramatiker. Doch. Und da muss ich nicht. Dramatiker. 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 Vielen Dank.